Der Basketballclub der Teko Mittelschule, ein unvorstellbar starkes Team mit über 100 Mitgliedern und drei aufeinanderfolgenden Meisterschaftssiegen. Diesen hervorragenden Rekord stellte eine Gruppe von fünf Ausnahmetalenten auf, die als die Wunder-Generation bekannt ist. Scherz ausziehen! Was? Wozu? Die Wunder-Generation. Er war in diesem Spitzentrieb. Wieso kann ich mich nur nicht an das Gesicht des jungen Wunderkindes erinnern? Und der andere Typ kommt gerade erst aus Amerika. Die neuen Erstklässler könnten echt was draufhaben. Es steht. Ich werde Japans bester Spieler. Ich mache sie alle fertig. Willst du dich mit mir anlegen? Was soll der Scheiß? So läuft das! Er... 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 Er...